Tagesinfos zum 14.01.2012 Samstag Sonnenaufgang Stuttgart 8.13 Uhr morgens Sonnenuntergang 4.53 Uhr abends Tageslicht 8 Stunden 40 Minuten Zweite Kalenderwoche 14. Tag abnehmender Mond Willis Insel entdeckt Casablanca-Konferenz Aloha vom Hawaii live Europa auf Titan Geburtstag Rainer Klenke Götter Bedenktag Felix von Nola Namenstag Berno Felix Odo Pia Reiner UNICEF-Wand Straßenbahnunfall in Karlsruhe Ukraine in die EU China bleibt hart Petra Schürmann ist tot Aktionsplan live Staatschef Ben Ali am Ende Johannes Paul II. selig 500 Tote in Brasilien Mutter tötet Kind Keine Neuwahl in Italien Hochwasser in Deutschland Tankerleck Babymord die Zweite Rekord bei Intel BSE-Erreger über die Luft US-Rapper Usher krank Lindenberg Musikhübe geistert Bar zu Stoke City Summer und HSV Schöne Ausatmen Wäeske Gäst Säbihkübe Säbihkübe Vielen Dank.